In diesem Video werde ich dir in wenigen Minuten erklären, wie du den Fritz Repeater 6000 ganz einfach mit deiner Fritzbox koppeln kannst. Los geht's nach dem Intro. Am besten ist immer, wenn man den Repeater im Werkszustand hat. Das heißt, wenn du ihn gerade aus der Packung genommen hast, so wie ich, ist er ja schon im Werkszustand und du kannst direkt mit dieser Anleitung hier fortfahren. Ist er noch nicht im Werkszustand, würde ich empfehlen, 15 Sekunden lang die Connect-Taste zu drücken und einmal zu warten, bis er wieder im Werkszustand ist, der Repeater. Das beugt schon mal alle möglichen anderen Fehler vor, zum Beispiel, die durch eine Vorkonfiguration einfach schon reingekommen sind. Ist alles soweit vorbereitet, dann verbinde ich den Repeater einmal mit dem Strom. Wir müssen jetzt ein paar Sekunden warten, bis der Repeater hochgefahren ist. Die Blinkfrequenz der LED auf der Vorderseite, die verrät uns, ob der Repeater bereit ist zur Kopplung. Während des Hochfahrens blinkt sie relativ schnell. Ist der Repeater dann erfolgreich hochgefahren, dann blinkt sie relativ langsam. Ist das der Fall, kann ich mit dem Kopplungsvorgang beginnen. Dazu drücke ich kurz die Taste Connect auf der Vorderseite des Repeaters. Ob der Tastendruck erfolgreich angekommen ist, sehe ich daran, dass sich jetzt die Blinkfrequenz der LED wieder ändert. Als nächstes kann ich auf meiner Fritzbox die Connect-Taste drücken. Bei mir heißt die Connect bzw. WPS. Wenn du eine Fritzbox hast ohne diese Connect-Taste, dann musst du die WPS bzw. WLAN-Taste länger drücken. Nämlich 6 Sekunden, so lange bis das WLAN blinkt. Wir sehen jetzt, dass beide Geräte fröhlich blinken und wenn beide dauerhaft leuchten, dann wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt. Um zu prüfen, dass da auch alles mit rechten Dingen zugegangen ist, kann man sich nochmal in seine Fritzbox Web-Oberfläche einloggen und schauen, ob die Geräte gekoppelt sind, mit welcher Geschwindigkeit sie synchronisiert sind und ob das Mesh-Symbol an beiden Geräten zu sehen ist. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich an dieser Stelle wie immer über ein Abo und über einen Daumen nach oben.